Der folgende unbewusste Grund könnte die Ursache dafür sein, dass du kein Einzelschüler bist oder werden kannst, obwohl du es eigentlich möchtest und dir grundsätzlich erstmal auch nichts im Weg stehen würde. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. So, jetzt gibt es was, wo viele danach sich denken werden, hätte mir das mal früher jemand erzählt. Und zwar geht es gerade an diejenigen, die sich in der Schule verbessern wollen, vielleicht auch um ein gutes Stück verbessern wollen und vielleicht auch in eine fast schon neue Schülerkategorie vordringen möchten. Ja, du bist vielleicht jemand, der muss dich jetzt nicht nur auf Einserschüler beziehen, aber du kannst zum Beispiel immer der gewesen sein, der super faul war und immer die, keine Ahnung, habe ich irgendwas da, ne, aber der irgendwelche Kügelchen durch das Kassenzimmer geworfen hat und so weiter und der sich jetzt denkt, okay, hey, das ist Oberschufe, vielleicht sollte ich jetzt mal mich ein bisschen auch um meine Noten kümmern und nicht nur darum, meine Mitschüler zu ärgern. Oder du bist derjenige oder diejenige, die eigentlich immer so ganz gut schon war, aber jetzt fürs Abitur einfach richtig gut sein möchte. Und wenn du das Gefühl hast, Leo, ganz ehrlich, ich habe mir voll viele Videos angeschaut und die sind alle voll gut und ich habe dir alle umgesetzt und ich will es wirklich, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es kommt dieser Durchbruch noch nicht, ja, es ist dieser eine Durchbruch noch nicht, dann kann dieses Video extrem, extrem spannend für dich sein. Und das ist, da werdet ihr jetzt auch gleich merken, warum ich zum Beispiel durch YouTube-Videos, ich werde es jetzt in dem Video versuchen, aber ich kann halt auch wieder nicht persönlich in dich reingucken, weswegen das Coaching so wichtig ist und weswegen ich auch so viel Fokus aufs Traumabitur-Coaching lege. Aber ihr werdet in dem Prozess auch verstehen, warum die Möglichkeit für mich, euch weiterzuhelfen, durch YouTube-Videos einfach beschränkt ist. Nicht wenig, aber es ist beschränkt. Denn die folgende Sache ist ein unbewusstes Phänomen, was ganz, ganz viele Schüler davon abhält, einfach besser zu werden und sie bekommen es nicht mit. Und wenn ich jemanden im Coaching habe, kann ich das natürlich sofort erkennen, woran das liegt, aber hier kann ich ja wieder nur zu ein paar tausend von euch sprechen, weswegen das Ganze dann manchmal schwierig ist. Aber ich werde es jetzt hier trotzdem versuchen und zwar kommt es natürlich darauf an, was für dich individuell der Fall ist, aber ich werde jetzt einfach ein paar grundsätzliche Themen sagen, die dafür verantwortlich sein können. Grundlegend zusammengefasst, der eine unbewusste Grund ist im Prinzip, dass du irgendwas Negatives mit dem verbesserten Zustand verbindest. Ja, das heißt, wir nehmen jetzt mal das klassische Beispiel, du bist gerade so im 2, irgendwas Bereich und du würdest gerne ein richtig guter Schüler sein. Wirklich konstant 12, 13, 14 Punkte schreiben. Und irgendwie kriegst du es nicht hin. Dann kann es daran liegen, dass du mit dieser Punkteregion und der Vorstellung damit, ein Schüler zu sein, der konstant in dieser Punkteregion ist, dass du damit irgendwas Negatives verbindest. Ein paar Beispiele, die ich jetzt schon mehrfach behandeln durfte, war erstens, man hat Angst, dann irgendwie ein Streber zu sein. Ja, zum Beispiel, boah, wenn ich jetzt immer nur 14 Punkte in den Prüfungen schreibe, wäre ich dann auf einmal dafür gemobbt oder muss nicht mal mobben sein, aber zumindest einfach nur so bloß ein dummer Kommentar kann einem ja schon sehr, sehr viel Angst machen. Auch wenn das vielleicht nie eintreten würde, weil du bist ja noch nicht auf dem Level, aber du denkst dir, was ist, wenn das passiert? Und unterbewusst hältst du dich dann selbst davon ab, eben besser zu werden, damit du keinen dummen Kommentar dafür bekommst, dass du ein Streber oder was auch immer bist. Eine zweite Möglichkeit, die sein kann, ist, dass man das Gefühl hat, auf einmal muss man dann für alle anderen da sein. Weil wenn zum Beispiel die Hausaufgabe wurde nicht gemacht oder kurz vor der Klausur braucht irgendwer nochmal eine Zusammenfassung, dann orientiert man sich natürlich immer an den Besten. Das heißt, ihr kennt das vielleicht auch, irgendwie so in eurer Freundesgruppe irgendwie so, oh shit, Jungs, wir haben jetzt irgendwie, das war nicht bei uns so oft so, oh shit, wir haben das und das nicht. Ja, lass mal die und die fragen, weil die ist da eh voll gut. Dann holt sich einer von ihr irgendwie die Zusammenfassungen und dann schreiben alle die ab und so weiter. Und auch wenn Hausaufgaben vorgestellt werden, auf einmal hat die eine Person, die eigentlich super gut war, genau die gleiche Hausaufgabe wie alle anderen und dann kriegt sie eigentlich nicht das Lob und auch die Anerkennung vom Lehrer, die sie eigentlich verdient hätte, weil andere das auch abgeschrieben haben. Und da ist dann zum Beispiel Angst, dass wenn du zu den Klassenbesten auf einmal gehörst, dass du die ganze Zeit nach solchen Hausaufgaben und Zusammenfassungen und wie auch immer fragst oder gefragt wirst und dass du dann entweder, dass die Leute die ganze Zeit von dir abschreiben und du im Prinzip ausgenutzt wirst oder dass du die ganze Zeit Nein sagst und dass du dann irgendwie als arrogant, eingebildet, egoistisch oder wie auch immer bezeichnet wirst. Ja, das heißt, du hast auch immer Angst, so gut zu sein, weil du dann nicht willst, dass die anderen fragen und du dann nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Eine dritte Möglichkeit, die ich auch immer öfter höre, ist, ja, wenn ich so gut bin, dann erwarten ja auf einmal auch alle anderen, dass ich weiterhin so gut bin, zum Beispiel gerade Lehrer und Eltern. Ja, die Mitschüler, für die Mitschüler ist das vielleicht nicht so eine große Sache, aber gerade vielleicht für deine Eltern und gewissermaßen auch für deinen Lehrer. Wenn du jetzt mal ein Halbjahr auf einmal, keine Ahnung, du hast ein Halbjahr, wo du auf einmal einen 1,1-Schnitt hast und das ist in der, in 11,1, ja, oder in 12,1, das ist jetzt im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres, natürlich ist dann irgendwo die Erwartungshaltung, dass das irgendwie im zweiten Halbjahr auch wieder so ist, vielleicht sogar noch einen Ticken besser und in deinem Kopf ist es so ein, oh, ich glaube schon, dass ich mal 1,1 schaffen könnte, aber wenn ich dann das Gefühl hätte, ich muss jetzt im nächsten Halbjahr wieder 1,1 schaffen oder sogar 1,0 und 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, was ja auch supergut ist, wäre auf einmal schlecht, dann kann das Unterbewusstsein dafür sorgen, dass du sagst, okay, lieber schreibe ich nie so gute Noten, dass ich dann niemals in die Situation komme, wo ich konstant irgendwie spüre, dass die anderen davon ausgehen, dass ich sowieso gute Noten schreibe, ja, weil das kann extrem belastend sein, weil das sorgt auch dafür und auch wenn ein paar Eltern hier zuschauen, bitte da extrem stark aufpassen, weil wenn dann auf einmal 14 Punkte in Enttäuschung wird, dann ist es einfach superkritisch, weil dann kann man als Schüler eigentlich gar nichts Gutes mehr machen, ja, es gibt Schüler, es ist so, da sind 14 und 15 Punkte, ist okay und war zu erwarten und alles darunter ist einfach schlecht und das Spiel macht natürlich keinen Spaß, ich meine, wenn du ein Spiel spielst, wo du entweder neutral oder schlecht sein kannst, ist die Motivation irgendwann sehr schnell unten, auf einmal werden die Noten extrem katastrophal und keiner versteht, wie das passieren konnte. Deswegen dabei unbedingt aufpassen. Eine andere Möglichkeit, die auch sein kann, ist, dass man Angst hat, alles zu geben und es dann trotzdem nicht zu erreichen, ja. Auch dafür hinterfrag dich mal, das ist nämlich auch immer wieder bei einigen so, dass sie eigentlich Medizin studieren wollen würden, eigentlich Psychologie studieren wollen würden, eigentlich Jura oder was auch immer studieren wollen würden oder einfach nur grundsätzlich einen richtig guten Notenschnitt gerne angehen würden, aber sie haben Angst, erstens das zu sagen und zweitens auch für sich selbst zu wissen, es zu 100% zu probieren. Weil wenn du was zu 100% versuchst und du schmeißt alles rein, was du hast und am Ende schaffst du es nicht, dann ist es in unserem Kopf so, dass wir am Ende meistens das Gefühl haben, es lag irgendwie an uns. Weil wir dann uns einfach eingestehen müssen, okay, wir waren nicht gut genug, um diese Note, um dieses Schnitt zu erreichen. Wenn wir aber von vornherein nur sagen, ja, mir ist das alles nicht so wichtig, ich gebe nur so 60, 70, 80% und dann erreichst du es um ein paar Punkte nicht, dann kannst du ja immer noch sagen, ja, wenn ich mich angestrengt hätte, dann würde ich das schaffen. Ja, auch an diejenigen, die ganz faul in der Schule sind, hinterfragt euch mal, habt ihr wirklich keinen Bock auf die Schule oder habt ihr einfach nur Angst, alles zu geben und dann hinter den Erwartungen oder vielleicht auch unter euren eigenen Zielen zurückzubleiben. Weil das ist ganz, ganz tricky, weil dann fangen wir auf einmal an, in so eine Passivität zu verfallen von, am sichersten ist, wenn ich mich überhaupt nicht anstrecke. Und da auch unbedingt, unbedingt, unbedingt darauf aufpassen, weil ich sage euch eine Sache, es ist, du bist immer erfolgreicher, wenn du versuchst, wenn du alles gibst, nicht versuchen, sondern wenn du alles gibst und am Ende trotzdem scheiterst, ja, dann kannst du extrem viel daraus lernen und trotzdem stolz auf dich sein und du kannst für dich sagen, ich habe das Bestmögliche rausgeholt, anstatt immer nur 50% zu geben und dann hinterher zu denken, hm, ob ich es geschafft hätte, wenn ich es versucht habe und ich garantiere es dir, du wirst irgendwann in deinem Leben denken, verdammt, ich bereue das. Weil es ist nicht nur eine Sache, die sich in Bezug auf dein Abitur auswirkt, sondern du wirst es in jeder, in jedem Lebensbereich merken. Du wirst Sport halbherzig machen, du wirst deine Beziehungen halbherzig führen, du wirst mit dir selbst halbherzig umgehen und dein Studium halbherzig behandeln und deinen Job später und alles, ja. Deswegen habt davor keine Angst und bildet jetzt gleich diese Einstellung aus. Wenn ich was mache, dann mache ich es zu 100% und dann wird es auch mehr Spaß machen und dann werdet ihr auch in den allermeisten Fällen auch die Dinge erreichen, die ihr euch vornimmt. Nur wenn ihr es nie richtig versucht, dann wird es nicht funktionieren. Ja, das sind jetzt mal vier typische Beispiele für diese tiefe, tiefe, unbewusste Ursache, dieser Grund, warum du vielleicht kein Einzelstück bist oder welches Ziel du dir auch immer vornimmst. Das bedeutet, überleg für dich selbst mal, ob diese vier Sachen auf dich zutreffen oder ob dir andere negative Gründe einfallen würden, die damit einhergehen könnten, wenn du das erreichst, was du eigentlich erreichen möchtest, ja. Das ist auch abschließend noch das, ich würde mal sagen, das Paradoxe an dem Ganzen. Weswegen man dem sich selbst nicht bewusst ist und viele einen vielleicht auch nicht für voll nehmen, wenn man ihnen das erzählt. Weil wir haben so einen Glaubenssatz irgendwie in unserer Gesellschaft, dass wenn wir ein Ziel haben und wir es erreichen, dass es dann nichts Negatives daran gibt. Aber es gibt immer auch was, du kannst genau das, was du unbedingt haben möchtest, bekommen und das kann wunderschön sein, aber es kann immer auch sein, dass irgendwas Negatives damit einhergeht. Und du musst dir halt bewusst werden, was ist es und dann realisieren, dass dir dein Ziel wichtiger ist als diese kleine Sache. Aber dem musst du dir eben bewusst werden, um es aufzulösen. Und damit ihr damit dann die Bahn frei machen könnt für euren Erfolg, in diesem Sinne denkt dran, werbt euch gerne bei uns aus Coaching, wenn wir euch dabei helfen sollen und gerade diese tiefen mentalen Barrieren, die vielleicht öfter mal dafür ausschlaggebend sind, dass das, was du eigentlich verdient hättest, nicht bekommst. Deswegen gerne auf den Link, du hast alles selbst erklärt, wie du dich fürs Coaching bewerben kannst. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video, dein Leo.